Am 30. Juni ab 14 Uhr lädt der Internationale Verein Kapfenberg gemeinsam mit dem Afrikanischen Integrationsverein zum dritten One World Fest am Kapfenberger Hauptplatz ein. Ziel der Veranstaltung ist es gemeinsam zu feiern und einander kennenzulernen. Unser Hauptziel ist Integration und mit den Leuten in Österreich zusammen zu arbeiten. Weil ich glaube das ist der einzige Weg, wenn jemand will in Österreich bleiben. Und als Verein habe ich gesehen, die afrikanischen Leute hatten nicht so viel Kontakt mit den österreichischen Leuten in Österreich. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, dass wir einen guten Kontakt mit den Menschen in Österreich haben. Das Programm ist bunt gemischt. Man kann Speisen aus verschiedensten Ländern kennenlernen, einen Trommelworkshop besuchen oder einfach die Livemusik genießen. Stichwort Musik, mit Auftritten und Vorführungen der Chabawuki-Roots-Kombo in Ganso, dem Trachtenverein Floninger und viel mehr wird der Kapfenberger Hauptplatz beim One World Festival ganz sicher wieder zum Tanzboden werden.